Jedes Jahr ermittelt die britische Unternehmensberatung Control Whiscs zusammen mit SOS International die gefährlichsten und sichersten Länder der Welt. Reisende können anhand der sogenannten Travel Whisc Map einsehen, wie hoch das Sicherheitsrisiko in bestimmten Ländern ist. Das sind die sichersten Reiseziele 2022 laut Travel Whisc Map. Am sichersten auf der Welt ist es laut Travel Whisc Map 2022 in den skandinavischen Ländern. In Norwegen, Island, Finnland und Dänemark besteht praktisch keinerlei Sicherheitsrisiko. Aber auch Grönland, Luxemburg, die Schweiz, Slowenien, Kap Verden, die Seychellen und einige karibische Inseln gelten als besonders sicher. Fast ganz Europa, auch Deutschland, wird mit einem niedrigen Risiko eingeteilt, das die Staaten somit ebenfalls zu sicheren Reisezielen macht. Das gilt auch für China, Australien, Neuseeland, Kanada, Alaska, Nordamerika sowie Teile Süd- und Mittelamerikas. Das sind die gefährlichsten Reiseziele 2022 laut Travel Whisc Map. Am gefährlichsten hingegen ist das laut Travel Whisc Map auf dem afrikanischen Kontinent, denn dort herrschen zahlreiche Kriege und Konflikte. Ein extrem hohes Sicherheitsrisiko besteht somit unter anderem in Libyen, Somalia, Syrien, Irak, dem Jemen, Mali und Afghanistan. Auch die Ukraine wird derzeit aufgrund des Krieges als extrem gefährlich eingestuft. Die Ukraine wird derzeit aufgrund des Krieges als extrem gefährlich eingestuft. Die Ukraine wird derzeit aufgrund des Krieges gesammelt. Bis zum nächsten Mal.